Guck mal, ein süßer kleiner Hund. Laut Studien lässt sich jeder zehnte Verkehrstote auf Ablenkung zurückführen. Viele Dinge können ablenken, gerade wenn man nicht so ein fokussierter Mensch wie ich ist. Wenn ich Auto fahre, dann guck mal ein Eichhörnchen. Süß, wo war ich? Ach ja, Ablenkung. Heißt fast immer Handy. Selbst mit der Freisprechanlage kriegt man signifikant weniger mit vom Verkehr. Vom Tippen wollen wir gar nicht reden. Mal ehrlich, was gibt's denn beim Autofahren überhaupt zu twittern? Lol, fahr mich gerade tot. Beim Simson steigt das Unfallrisiko um das Zwölffache. Der Mensch kann nicht zwei Entscheidungen gleichzeitig treffen. Multitasking ist ein Märchen. Aber nur bei Männern. Ich weiß, alle Frauen glauben, dass sie beim Autofahren gleichzeitig noch die Fußnägel lackieren und Pilates machen können. Aber das ist Schwachsinn. Also beim Autofahren nur Autofahren. Und für Beifahrer gilt, ihr könnt dem Fahrer helfen. Schreibt eine SMS für ihn. Oder bedient das Navi. Aber lenkt den Fahrer nicht ab. Die Katze springt voll gegen die Tür. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Auf 180 abonniert den Kanal. Schickt ihn an eure Freunde und guckt euch hier mehr Folgen an. Es muss euch nicht gefallen. Hauptsache, ihr lernt was. Wasser gut geht курir. Grüße. Himmel. Hanfarean. Vielen Dank.